Erstmal Glückwunsch an Brüssel-München Gladbach zum verdienten Sieg. Ich denke, mit dem Ergebnis ist ja klar, 4-0 ist natürlich ein deutliches Ergebnis. Ich denke, wir waren heute in allen Bereichen einfach unterlegen. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas schlampig im Passspiel, im Umschaltenverhalten nicht gut, konnten die Bälle nicht gut sicher machen und dadurch war Gladbach immer wieder gefährlicher, hat gute Ballrohungen gehabt, hat dann immer wieder auch Diagonalbälle gespielt, so vor dem ersten Tor, das haben wir ja auch gewusst, dass das so kommen könnte. Das erkennen wir einfach nicht, dann machen wir die Seite frei, der geht in den Strafraum und spielt den Ball nach in 0-1 Rückstand. Wir haben, denke ich, Glück gehabt, dass wir das Zweite nicht vor der Halbzeit kriegen, haben dann zweimal gewechselt in der Halbzeit, haben versucht, nochmal ein bisschen eine andere Anordnung zu haben, auch im Zentrum einen etwas ballsicheren, körperlich stärkeren Spieler zu haben, der die Bälle gut festmachen kann. Wir haben dann direkt nach der Halbzeit die Kopfballchance gehabt, Torwart gut hält, wäre das mögliche Ausgleichstor dann gewesen. Das war aber dann auch im Grunde das, was wir offensiv angeboten haben. Dann haben wir das Zweite Tor gekriegt, mehr als unglücklich natürlich mit dem Torwart und Christian Gendner, die sich da gegenseitig den Ball hin und her spielen. Und mit dem zweiten Tor war das Spiel dann natürlich auch in eine Richtung, wo wir dann nicht mehr reagieren konnten. Dann kommt das dritte Tor. Patrick Herrmann natürlich, ja, ich denke, muss sich bloß an mich in Gladbach freuen, dass er da wieder zurück ist. Natürlich tut ihm gut. Und zum Schluss machen wir noch selber ein und erhöhen dann noch auf 4-0. Hat natürlich dann heute alles zusammengepasst zu dem Spiel. Ja, ich denke, zwei Tage haben wir Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen. Und dann geht schon die nächste Aufgabe gegen Hoffenheim. Also wir sind nach wie vor mittendrin im Abstiegskampf. Und das wissen wir auch. Und heute war die Leistung nicht gut. Und dann werden wir versuchen, das Richtung Samstag auf jeden Fall deutlich besser zu machen.